Halli, hallo, hallöchen! Willkommen bei der Beta von Battlefield 4! Ja, ich bin einer der glücklichen, der das schon spielen kann, wie so gut wie jeder, der einen, äh, wie heißt's, einen Zugriff auf Beta, äh, auf Battlefield 3, dem Premium-Paket hat. Und, ähm, ja, hör mal auf, mir ins Gesicht zu schießen. Äh, ich spiel jetzt hier ein bisschen und hoffe mal, dass ich nicht ganz so ablose, weil schon länger kein Battlefield 3 mehr gespielt. Hab grad eben mir mal die Steuerung angeschaut und muss sagen, ja, jetzt läuft's auch wieder so, wie ich Battlefield 3 gewohnt bin. Und Grafik sieht eigentlich ziemlich cool aus, nur hab ich jetzt nicht so ganz ne Ahnung, wie man zum Beispiel das Gebäude hier einstürzen lassen kann. Das würd mich mal interessieren. Ich glaub, da muss man eine halbe Stunde lang irgendwie draufballern oder so, bevor da überhaupt was passiert. Und, ja, ich guck mir das jetzt hier mal an, wo ich denn hier auch mal ein paar Gegner seh. Hier diese Straßensperren kann man, glaub ich, auch hochfahren. Nur wie genau das geht, weiß ich jetzt nicht. Ich hoffe mal, dass es nicht zu leicht, dass da nicht irgendwie jeder Depp in die Straßensperren hochfährt. Dass man da, äh, auch mal mit dem Panzer ein bisschen durch die Gegend fahren kann, ohne dann irgendwie gleich abgeblockt zu sein. So, C ist, glaub ich, dieses Hochhaus. Das wurde, glaub ich, schon eingenommen. Und ich frag mich, wo die ganzen Gegner sind. Ich hab gedacht, das hier wär das Gegnergebiet. Hm, wo sind die Gegners? Ach da. Das war ein Hit. Das war kein Hit. Kommt schon, der repariert das Ding wieder. Boah. Och, das gibt's doch nicht. Außerhalb des Spielfelds. Der kann da hinfahren? Ich nicht, oder? Das ist ja mal selten dämlich. Oh, hinter mir ist ein Tank. Oh. War jetzt mal nicht so glorreich, mein Versuch hier, äh, was zu reißen. Kann ich hier in den Helikopter rein? Nee. So, äh, man kann hier auch sehen, was der, äh, dein Teammate sieht, indem man auf ihn draufklickt. Dann weiß man, ah, der hat Gegner Kontakt oder nicht. Und, äh, hat auch so eine Chance, dann ein bisschen zu überleben. Der sieht jetzt hier den Panzer durch die Gegend fahren. Genauso wie der jetzt den Panzer hier sehen müsste. Hm, ja. Ich glaub, der hat noch nicht so viele Chancen. Außer, die killen den Panzer. Oh, hier ist noch ein Panzer. Das sieht ja auch lustig aus. Na gut, gehen wir mal hier und helfen denen mal irgendwie. Den Punkt hier einzunehmen. Der Panzer ist jetzt hier unterhalb, ne? Da ist er eigentlich in der Tieferage drin. Hm. Aber Anti-Panzer haben wir jetzt hier, glaub ich, nichts. Wieso bewegt sich die... Ah, jetzt. Wahrscheinlich, weil der Panzer unter uns war. Helikopter ist von uns. Danach machen wir uns, glaub ich, mal auf und nehmen Punkte B ein. Ich hoffe mal, hier ist jetzt nicht zu viele Fahrzeuge, die uns gleich abballern. Uh, das ist ja immer noch der Panzer. Da. Uh, das war... Ich dachte schon, das wäre ein Gegner. Das kann man doch hier, glaub ich, irgendwie einstürzen lassen, oder? Hm. So, Bravo wurde schon eingenommen. Wir haben grad alle Punkte, glaub ich, eingenommen. Hm. Gucken wir mal. Und wo wurde der jetzt erschossen? Da. So. Ist der Panzer jetzt schon zerstört, oder? Ne, der Panzer ist grad herrenlos. Na, er wird aber jetzt gleich zerstört. Oh, oh. Schnell weg. Uh, 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 uh. Das war knapp. What the? Kann der von unten nach oben schießen, alles kaputt machen? Oder verstehe ich das grad falsch? Oh, ah, ist ja noch gar nicht eingenommen gewesen. Was explodiert denn hier die ganze Zeit? Ist das der Panzer? Das sind zwei Teammates in Panzern. Oh. Dann gehen wir aber schnell Bravo einnehmen. Ich hoffe mal, der befährt mich jetzt nicht. Ich hoffe mal, ich werde jetzt hier beim Versuch, Bravo einzunehmen. Nicht irgendwie von einem Panzer oder so vorher abgeballert. Dass ich wenigstens versuchen kann, das zu verteidigen. Boah, die Maps sind schon riesengroß, muss ich sagen. Also, das ist echt der Hammer. Da sind Teammates, die versuchen auch, das zu verhindern. So. Och, ne, da links war noch einer. Den hab ich gar nicht gesehen. Verdammt. Äh, Bravo ist wo? Hier. Da kann ich mich noch nicht hin... Deployen, sag ich mal so. Hm. Das ist ja doof. Jetzt kann ich nur hier hin, oder? Ich wollte eigentlich B jetzt verteidigen. Kann man nicht mal auf Punkte drauf? Doch. Hm. Naja. Fahre ich mal hier mit dem hier rein. Und fahre mal mit dem Aufzug nach oben. Dann kann ich hier mal versuchen, C einzunehmen. Ich hoffe mal, hier sind nicht zu viele Gegner, die den Fahrstuhl abcampen. Das ist C. Ah, ich nehm schon einen. Super. Da ist ja anscheinend grad kein Gegner hier. Das ist ein Teammate, das grad hochkommt. Ja, dann nehmen wir hier ja schon 10. Ah, super. Sieht schon cool aus. Wo ist der hin? Ist der runtergefahren? Kommt der jetzt wieder hoch, oder was macht der? Kann man nicht schießen, während man springt? Anscheinend nicht. Das ist ja doof. Hallo Heli. Er hat wohl gerade einen Unfall gebaut. Was hab ich eigentlich alles dabei? Uh, Granatwerfer. Medipack. Messer. Hm. Das ist ein Teammate. Zum Glück hört man, wenn der Fahrstuhl hochkommt. So, gucken wir mal kurz, was hier unten abgeht. Da sind die gerade um D am Kämpfen und um E auch. Ich guck mal, ob ich da auch mit meinem Fallschirm hinkomme. Müsste eigentlich gehen, ne? Alpha, nehmen sie jetzt schon ein. Mal gucken, dass wir hier auch die Kurve richtig kriegen. So, jetzt haben wir schon auf dem Gelände gelandet. Die Fighten hier. Was sind die Gegner? Das ist irgendwo ein Heli am Start. Aber hier kann man ja eigentlich auch ziemlich geile Posys einnehmen, wenn man von da oben runterspringt. Aber jetzt nehmen die C ein, das ist ja auch ein bisschen doof. Hm. Aber ich denke mal, das wird, glaube ich, auch ein ziemlich... Oh, hier kann man auch hoch und runter fahren, ne? Also kommt man hier auch hin, ohne mit dem Fallschirm runterzuspringen. So, gehen wir mal Richtung... Gehen wir jetzt hin. C ist schon wieder nicht eingenommen, ne? Kommen wir hier auch irgendwie raus? Ah, hier kann man auch drüber. Ich weiß nicht, die Brücke kann man, glaube ich, nicht zerstören. Aber man kann hier so Dinger hochfahren, dass da die Fahrzeuge nicht mehr drüber fahren können. Aber wenigstens kann man hier noch als Fußsoldat drunter laufen. Die Fighten hier wieder. Dann gucken wir mal, dass wir hier wieder reinkommen und im Aufzug hochfahren. Auf jeden Fall ist das Team-Mate schon mal oben, der Charlie dann neutralisiert. Und schnell den Aufzug rein. Hm. Also kaum bin ich da, haben sie Charlie schon wieder eingenommen, sowas aber auch. So. Da sind zwei Helis. Mal gucken, ob wir da was anstellen können von hier oben aus. Da fliegt der eine. Aber ich glaube, den treffen wir so nicht. Aber es hat mir keine Chance, da was zu treffen. Aber ich gehe mal hier drüben auf das andere Gebäude drauf. Das sollte ja eigentlich auch funktionieren. Oh, da sind Gegner. Mal gucken. Ob ich ihn von hinten überraschen kann. Scheiße, ich wollte ihn eingeschmessen. So war es aber auch. So, gucken wir mal, ob wir von hier oben noch ein bisschen helfen können. So. Oh, das wollte ich nicht. Ähm, Granatwerfer. Hallo. Da. So, Treffer 1. Treffer 2. Äh, das war vorbei. Schade. Oh, da hat er mich aber erwischt. Scheiße. Mann, Mann, Mann. Also, auf die Entfernung. Der ist da wieder A in der Nähe. Und da ist wahrscheinlich hier ein Panzer am Start. Hm, wo gehen wir mal hin? Wir müssen ja A einnehmen. Ich gehe mal hier dem helfen. Vielleicht klappt es ja, dass wir da A einnehmen können, bevor da irgendwie Panzer wieder durch die Gegend fahren. Da ist ein Panzer. Da unter uns ist ein Panzer. So. Ah, wir haben den erwischt. Ich hoffe mal, da kommen nicht irgendwie Panzer auch hoch. Das wäre ein bisschen uncool, wenn das gehen würde. Ist da der Panzer, oder was? Der Panzer steht, glaube ich, unter uns und schießt da auf die, äh, an die Decke. Oh, fuck. Da war wohl kein Gegner mehr drin. Verdammt. Hm. Da ist auch kein Team mit mehr am Start. Also muss ich jetzt hier an B joinen. Schade. Oh. Ne, da oben wird gefightet. C und C. Gucken, ob wir da was machen können. So. Sind hier noch irgendwo Gegner? Ne, ne? Oh, der von dem Fallschirm fliegt ja nach unten. Erwischen wir den noch? Oh, oh, oh. Was sind die da zu zweit? Schweinerei. Mann, Mann, Mann. Das ist ja auch ein... Okay, Kämpfe hier. Kommt man da wieder hoch? Das würde mich mal interessieren. Da ist wieder ein Heli am Start. Den müssen wir eigentlich auch mit einem Raketenwerfer, äh, Granatwerfer erwischen können. Ich glaube, da kommt jetzt jemand mit dem Fahrstuhl hoch, ne? Jo. Habe ich doch gewusst. Okay. D wird eingenommen. Wo ist denn D? Da hinten, oder? A, B, E, D. Da. Springe ich, glaube ich, mal zu D runter? Wie viele Leute dann zum Fahrstuhl reinpassen? Munition leer. Verdammt. Das gibt's doch nicht. Wie viele Gegner da auf einmal kamen? Unendlich viel. Achso, ich kann ja auf dem Spot spawnen. So. Da müsste ich ja jetzt eigentlich auch wieder helfen können. Oh. Auf einmal waren zwei Gegner vor mir. Das ist ja immer mega für den Arsch, wenn er auf einmal ein Gegner vor einem ist. Sondern noch ein anderer, auf dem sein Spot joint, äh, spawnt. Äh. Jetzt sollten wir uns, glaube ich, auch mal um A und B kümmern. Ähm. A und B sind, glaube ich, da drüben, ne? Heli? Wo ist denn der Heli? Da. Hohohohohohohoho. Ist das ein Gegner? Was? Der hat das überlebt? Wie hat der das überlebt? Oh, 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 oh. Ne, da ist man nicht deployen. Oder doch? Hö. Auch ein geiler Bug. Haha. Heli in der Luft. So was aber auch. Wie die ganze Zeit Gegner hier umspawnen. Aber ich glaube, ich gehe erstmal hier jetzt auf, äh, einen von den Spots nach unten. Und helfe dir mal mit dem Einnehmen. Ist ja eigentlich ganz cool gemacht hier mit dem, äh, mit den Häusern hier oben, dass wir auch überall hin können. Ey, ich wollte Messern, warum ging das nicht zu Messern? Hm. Toll. Hätte ich nur noch abschießen können, wenn das mit Messern nicht funktioniert. Hm. Also das Messern war, glaube ich, nie so meine Stärke in, äh, Battlefield. Da habe ich immer verkackt. Oh, das ist ein Teammate. So. Oh. Was? Das war doch ein Treffer. Wieso ist er nicht gestorben? Schweinerei. Au. Von wo? Ich glaube, da springe ich jetzt mal runter. Wuh. Oh, oh. Da ist irgendein Sniper. Oh, 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 oh. Schnell mal Entdeckung. So. Und dann schnell mal hier runter. Ah, ich will hier runter. Wie alles am kaputt gehen ist. Meine Fresse. Mal gucken, ob wir vielleicht hier den Sniper flanken können. Das war da. Die dumme Sau. Oh, oh. Panzer. So. Das war nur irgendein Trocken, der da rumgeflogen ist. Wo geht's denn jetzt hier rum? Ah, hier ist die Stelle, die einstürzen kann, wo dann ein Fahrzeug runterfällt. Ah, ja. Mann, 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 wie hier alles am kaputt gehen ist. Unfassbar. Oh, ich hab fast keine Munition mehr. Das ist ein bisschen uncool. Muss ich mal gucken, dass ich mir dann, ähm, irgendwo Munition her besorge. Aber vielleicht mal gucken, dass wir den Panzer hier noch kaputt kriegen. Ist ja, glaube ich, auch ganz für ein Vorteil. Oh, die hat besessen. Oh. So, noch neun Schuss. Yay. So. Kann ich ihm seine Dings irgendwie einsammeln? Mhm. Anscheinend nicht. Hm. Also ein bisschen muss ich noch in das Spiel reinkommen, wie da noch was funktioniert. Aber bis jetzt scheint es ja ganz gut zu laufen. Oh, 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 oh. C ist ja eingenommen. Verdammt. Ähm. Hm. Wo spawne ich am besten? Ich würde gern C einnehmen. Komm, spawnen wir mal bei dem. Wir helfen denen mal. Da ist mir wohl Battlefield 4, die Beta, wohl einfach so abgestürzt. Na ja, ihr habt gesehen, wie das Spiel läuft. War ja eh nicht mehr so lange, bis das Ende war. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und man sieht sich beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Bye. Bye.